Ich sehe noch keinen Grund, warum Baldemar solch eine Rolle angenommen haben sollte. Nun, der Gewinn geht an die, die clever und schnell genug sind, eine gute Gelegenheit auszumachen. Nehmen wir mal die 1. Grund dafür gibt es keinen Grund. Er liebt Gold so wie jeder Mensch. Er hat eine gute Gelegenheit ausgemacht, sie ergriffen. Könntet ihr euch Baldemars einfach so entziehen und auf eigene Faust handeln? Dann solltet ihr euch ihm entgegenstellen und ihm sagen, dass ihr ihn nicht mehr braucht. Nehmen wir mal die 1. Das würde nur mein Ruin bedeuten. Die wenigen Verträge, die Baldemars mir zukommen lässt, sind alles, was meine Familie entnähert und uns das Dach über dem Haus sichert. In dem Moment, in dem ich meine Stimme gegen Baldemars Großzügigkeit erhebe, würde er dafür sorgen, dass ich nie wieder einen Karawanenvertrag zu Gesicht bekomme. Er würde euch sicher nicht einfach hinauswerfen, da muss es einen Verhandlungsspielraum geben. Nein, Baldemar regelt Angelegenheiten lieber schnell und nur ein großes Aufheben. Er findet Verhandlungen ermüdend und in Wirklichkeit ist er nicht gut im Verhandeln. Aber versteht das nicht als meine Meinung. Die anderen Abgeordneten von Zehnstädten wissen es auch. Was meint ihr? Als die Städte vor die Schwierigkeiten mit Barbaren erfuhr, schickten sie ihren eigenen Sprecher, um mit den Stimmen zu verhandeln, anstatt mit Baldemars diplomatischen Künstlern einen Krieg zu riskieren. Ein Sprecher aus Zehnstädten? Wann war das? Ach, erst vor kurzem. Er war ein großer Mann, ein Südländer wie ihr, selbst mit feinen Kleidern und einer Augenklappe. Wir haben mit Tybalt dem Böttcher gesprochen. Er erzählte, dass vor einiger Zeit ein Südländer bei Baldemar gewohnt hätte. Es soll ein diplomatischer Schienenstädte gewesen sein, der mit den Barbaren verhandeln sollte. Er blieb ein paar Nächte bei Baldemar und dann verließ er die Stadt. Zuerst dachte ich, er wäre ein Händler, aber er spricht mit keinem anderen Händler in der Stadt. Auch nicht mit mir. Das ergibt Sinn. Könnt ihr mir etwas über die Bedrohung durch die Barbaren sagen? Ja, da hat er nur die Gerüchte. Na, dann lebt wohl. Dann können wir mal sein Haus anschauen. Was, wenn es dein Wunsch ist? Und Donastra kriegt lange Finger? Äh, wollen wir Stiefel? Stiefel des hohen Nordens, Kältewiderstand. Nee, die kann er behalten. Wie kann ich gewiss? Und ich hätte vielleicht am Anfang ein Safe machen können. Das können wir jetzt machen, wenn wir das Haus verlassen haben. Ähm, LP, H-O-W, Anfangen. Ja, okay, das H-O-W hätten wir uns sparen können, weil... Es sind ja nur die Heart of Winter-Safes hier drin. Ah, hier ist ein Wachturm. Zum Pfeifen den Galgen. Schreien vom Wauken. Ortsausgang. Der Brunnen. Handelsposten. Also es sieht so aus, als ob das hier eine Taverne wäre. Und der Rest schauen wir mal. Hier gibt es eine Brücke. Junger, nett. Der ist froh und singt herum. Ha, Kameraden, wie geht's euch? Ich bin nett, der junge, nett. Bin der beste Zimmer hier in der Gegend. Und wer seid ihr? Mein Name ist Bueno hier. Was macht ihr in Einsamwald? Ich schippe Boote draußen auf dem großen Meer Dualdo. Und hatte meine Augen offen nach Felsen und Eis unter Wasser. Manche sage ich mir, der beste sieht man im Almsamwald. Sei mein Onkel Jett. Das ist ein hübsches Bruder, der mir da arbeitet. Oh, das ist Selara. Tom hat sie nach einer geliebten, verstorbenen Frau benannt. Sie ist aber nun nicht fertig. Wenn Tom sie fertig gebaut hat, kann ich euch raus auf den See bringen. Die anderen Boote sind einfach alle zu klein. Versteht ihr? Ja, was wisst ihr über Einsamwald und die Bedrohung durch die Barbaren? Oh, ich weiß nichts und das. Ich habe in letzter Zeit wenig Klatsch gehört. Aber ich kann euch sagen, dass die 3 Ds in der letzten Zeit emmerig gegen den Strich gehen. 3 Ds? Ai, Dingbad, Dummbud und wie auch immer dieser andere heißt. Sie sind Schläger, Abschamm der übelsten Sorte. Emmerich weiß, dass sie nichts Gutes im Schilde führen, ist nur eine Frage der Zeit, meine ich. Danke, Leibwohl. Ach, hier ist eine Mühle. Eine sehr komisch aussehende Mühle. Digby, was hast du zu sagen? Röps, hab wohl letzte Nacht ein bisschen zu viel gebechert. Ey, was rede ich denn da? Man kann ja gar nicht zu viel trinken, sagen meine Brüder. Hey, wer seid denn ihr überhaupt? Ich bin Benno, ja wer seid ihr? Ich bin Digby, ein Pelsjäger hier in der Gegend. Meine Brüder und ich fangen alles mögliche... ...Gesocks. Röps, ziehen ihm die Fälle über die Ohren und verkaufen. Es ist aber jetzt nicht mehr so einfach, wo Emmerich überall rumschnüffelt. Was wisst ihr über Emmerich? Emmerich ist bloß ein feiger Miesling, der seine Nasen in Dinge steckt, die ihn nichts angehen. Er hat was dagegen, dass wir im Wald Fallen ausstellen. Ich glaube, der hat eine etwas ungesunde Leidenschaft für Tiere, wenn ihr versteht, was ich meine. Was wisst ihr über Einsamweite und die Beton durch die Barbaren? Röps, es ist klasse. All diese Barbaren treiben die Tiere hierher. Sie rennen zum See und schnapp... ...ab in die Falle. Ich klasse. Er lebt wohl, Digby. Das ist dann wohl der dritte D. Bitte der Fallensteller. Ja, die meiden wir erst mal. Ich würde halt gerne wissen, was das hier für ein Haus ist gerade. Haus des Stellmachers. Was auch immer das heißen mag. Okay, hier können wir nirgendwo mehr lang. Und dann gehen wir jetzt erst mal zurück zum Brunnen. Äh, habt ihr Vater gefunden? Ja, das habe ich. Und er hat gesagt, dass du keinen Bruder hast, Haley. Und dass du besser schnell nach Hause kommst. Ich gehe nicht. Ich soll er den ganzen Tag an seinen dummen Fässern bauen, denn ich mache das nicht. Ich hasse es und ich hasse ihn. Ihr habt Haley's Lügenmärchen durchschaut. Wir wissen, wie wir jetzt wissen, hat Haley die Geschichte von ihrem Bruder im Brunnen nur ausgedacht, um seinen Streich zu spielen. Wir haben ihr das auch gesagt und sie gebeten, nach Hause zu gehen. Doch umsonst. Ich glaube, ein kleines... Ich glaube, ein junges Mädchen würde mehr Spaß daran finden, Kieselwerfen oder sowas zu spielen, anstatt fremden Geschichten aufzutischen. In Ordnung, Haley, dann bleib hier, aber du könntest dir Ärger einhandeln. Nehmen wir mal das Erste. Diese Spiele sind für Babys und außerdem gibt es eh niemanden, mit dem ich spielen kann, außer Purvis. Und er wird sauer, wenn man ihn mit Kieseln bewirft. Es gibt keine anderen Kinder in der Stadt? Nein, ich bin ganz allein. Vater ist immer in der Werkstatt und baut seine dummen Fässer. Und Mutter sitzt im Gasthof und trinkt. In dieser dämlichen Stadt gibt es nichts, was man machen kann. Also was machst du den ganzen Tag? Sicher streust du dich allein durch diese Stadt? Äh, nein. Manchmal auch im Wald, aber nicht so oft. Meistens in der Stadt. Manchmal am Boden oder bei Purvis Hütte. Oder ich kletter auf den Baum beim Gasthof. Und da oben hat man einen wirklich guten Blick. Einen guten Blick auf was? Leute in der Stadt. Von drinnen im Gasthof. Und Sachen, Sachen, die ich euch nicht erzählen kann. Geheimnisse. Geheimnisse? Was zum Beispiel? Geheime Geheimnisse. Wenn ich euch erzähle, werden sie keine Geheimnisse mehr. Wenn du es mir erzählst, gebe ich dir ein glänzendes Goldstück. Gut, ich habe auch Geheimnisse, aber ich werde sie nicht mit dir teilen. Nein, vergiss es einfach. Kannst du mir schon mal etwas über die Barbaren erzählen? Du sagst, du hast einen guten Blick auf die Leute in der Stadt. Auf wen zum Beispiel? Nehmen wir mal das. Purvis zum Beispiel. Vor allem, weil ich darauf warte, dass er aus seiner Hütte kommt. Und ich ihn mit Handzapfen bewerfen kann. Manchmal sitzt er stundenlang im Schneidersitz in seiner Hütte. Stehe wie ein Fels und ich muss ewig Steine auf seine Tür werfen, um ihn aufzuscheuchen. Wer ist Purvis? Purvis der Totengräber. Er hat nicht viel gesagt, seit er hierher gekommen ist, aber Vater sagt, er vergräbt tote Leute. Wenn ich auf die Bäume hier kletter, kann ich gut in sein Haus und andere Häuser sehen. Seit wann ist Purvis denn schon hier? Seit um wie vor zwei Wochen, glaube ich. Vater sagt, Purvis muss dämlicher sein als ein Sack Steine, wenn er glaubt, er kann sich in Einsam weit als Totengräber durchschlagen. Hier ist schon seit Jahren niemand mehr gestorben. Und was siehst du außer Purvis noch so in den Bäumen? Also diese drei gemeinhaltköpfigen Brüder. Ich habe sie immer gesehen, wie sie im Wald gingen, Fallen stellen, obwohl Emmerich es ihnen verboten hatte. Sie werden großen Ärger bekommen, wenn Emmerich das herausfindet. Hey, du weißt doch irgendetwas über die Barbaren? Mutter will wegen ihnen fort, aber sie will immer fort. Sie sagt, die Barbaren werden einsam weit wieder brennen. Was sagt dein Vater? Vater sagt immer wieder, dass sie still sein soll, weil ich sie hören könnte. Aber Mutter kümmert es nicht darum. Ich glaube, Vater will nicht, dass ich Angst habe. Ich habe Ohren und ich bin nicht blöd. Ja. Sonst noch was? Ja, das können wir auch. Fragen wir nach Geheimnisse. Ja. Versuchen wir es mal mit. Gut, ich habe auch Geheimnisse, aber ich werde sie nicht mit dir teilen. Nein, ihr habt gar keine Geheimnisse, weil ihr ein großer Lügner seid. Was glaubst du? Ich weiß ein großes Geheimnis über dich und ich werde es jedem erzählen. Nein. Oh, aber ich habe eins. Sogar ein großes Geheimnis. Ein riesiges Geheimnis. Vielleicht das riesigste in ganz Feron. Sag es mir. Nein, wenn du deins nicht erzählen willst, erzähle ich mit dir meins auch nicht. Außerdem, wenn ich es dir erzählen würde, wäre es kein Geheimnis mehr. Okay, ich werde es euch sagen. Ich verspreche es. Jetzt sagt es mir bitte. Bitte, bitte. Äh, also gut. Draußen in den Wäldern gibt es einen riesigen Bären und er hat mich nach dir gefragt. Mein Geheimnis ist, ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, um mich alle vor den Barbaren zu retten. Und der größte Teil des Geheimnisses ist, dass du mir dabei helfen kannst. Wä? Nein. Es ist wahr. Dein Geheimnis bückt vielleicht den Schlüssel zum Sieg über die Barbarenhorde und zur Rettung eurer Stadt. Also, ihr dürft es keinem erzählen, aber kennt ihr diesen alten Knochensack Kieran, der den Gasthof gekauft hat? Nein, aber red weiter. Also, wisst ihr, warum er den Gasthof gekauft hat? Ich wette nicht. Nein, warum hat er den Gasthof gekauft? Weil er, weil es da einen magischen Spiegel gibt. Nein, es ist wirklich wahr. Ich habe gesehen, wie er einfach da durchgegangen ist. Also, ich meine, er öffnet ihn erst, aber es ist, als ob er einfach durch ihn hindurch geht. Ihr habt ein Geheimnis erfahren und Erfahrungsbuch. Hayley hat uns erzählt, dass es im Wirtshaus zum pfeifenden Gang eine Geheimtür gibt. In deinem Spiegel in Kierians Zimmer, hat sie gesagt. Äh, erzählst du schon wieder Geschichten, Hayley? Der Spiegel ist deine Tür. Hm, vielleicht werde ich Kieran danach fragen. Sag ihm nur nicht, dass ich es euch erzählt habe, sonst steckt er mich in den Spiegel. Das werde ich nicht. Lebt wohl, Hayley. Gut, jetzt können wir mal mit unserem Galloway hier reden. Also mal wieder ein Galloway. Was wollt ihr? Wenn ihr mitgenommen werden wollt, habt ihr Pech. Wir reisen in dieser Zeit nirgendwo hin. Wer seid ihr? So, öfft's. Ich bin Ray Wally Calloway, Karawammeister für den Calloway Handelsbund. Ich und meine Leute sitzen hier fest wegen dieser idiotischen Wilden draußen bei Bremens Schneise. Gibt es irgend einen anderen Weg aus Einsamwald? Diese Jahreszeit ist das, was wir Einheimischen des Einfließenstals gerne Winter nennen. Schaut auf dem See. Hinter der Toteninsel ist das verdammte Ding komplett zugefroren. Alle anderen Routen führen direkt durchs raue Terrain. Keine Wege. Was ist die Toteninsel? Das ist die Insel draußen im Meer Dualdon, auf der alle Wilden ihre Totenkriegshelden begraben. Die Einheimischen meiden sie, als würde Müllkohl selbst das Eintrittsgeld kassieren. Wisst ihr, was wisst ihr über Einsamwald und die Bedrohung durch die Barbaren? Ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Die Barbaren sind draußen bei Bremens Schneise und sie rühren sich nicht vom Fleck. Ihr wollt mehr wissen, da geht und fragt die haarigen Bastarde selber. Es ist nur ein paar Weinen östlich von ihr. Eher Karte aktualisiert. Damit haben wir das Barbaren-Lager schon mal. Über seinen Handelsbund können wir ihn jetzt nicht mehr befragen. Schade. So, hier ist noch jemand namens Jamilia. Hä, was wollt ihr? Wer seid ihr? Ich bin Jamilia Smithson. Ich arbeite für den Bund, den Handelsbund. Was ist die Übereinsamwald und die Bedrohung durch die Barbaren? Nichts, darüber weiß ich nichts. Ich bin nicht aus der Gegend. Na dann lebt mal wohl. So, und hier ist noch eine Hütte. Eine Hütte.